Hallihallo, Hallöchen, mein lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sitte Wischen, ich bin der Onkel und der wieder dabei ist der Crazy Freak. Ja, der hier, der so winkt. Genau. So. Ja. Dann wollen wir jetzt noch. Wir wollen zum Safe House. Safe House. Die Mission abgeben, die in diesem Rollenspiel heißt Nebenquest. Ja. Questeln. Ist ja eigentlich keine Quest, es ist ja... ...ne Nebenmission. Aber man macht sich genau dasselbe. Und? Eine Quest ist doch eine Nebenmission. Deine Quest heißt dann über dem Rollenspiel. Ja. Ach, weißt schon. So, Safe House ist erreicht. Und? Safe House wird betreten. Och, das ist schon hier? Okay. Safe House. Dachte, das wäre ein Stück weiter. Ähm, wo ist der Füzie? Wo nicht aufwählen? Hier. Wo ist der? Gute Arbeit, Agent. Das haben Sie wirklich gut hinbekommen. Wo ist der links? Ohne in Schwitzen zu geraten. Auch dafür. Ähm. Was denn? Der Händler steht genau hinter dir her. Nee, nicht der Händler. Der spinnt. Der spinnt. Ach nee, es ist nur wenn es eine neue Dings ist, ne? Neues Safe House. Oh. So, jetzt gucke ich aber erst mal, weil ich hier so einen Haufen... Muni hab, äh, Muni, Arren. Irgendwas verkaufen kann oder irgendwas gebrauchen kann. Das hab ich mir vorher noch gar nicht ausprobiert. Oder geguckt, wo es probiert. Upp. Ist klar. Upp. Oh, ich hatte einen besseren Show noch und ich hab nicht geguckt. Naja. Jetzt ist er weg. Okay. Okay, kann ich alles verhökern. Cool, schön. 17 Waffen zu verkaufen. Was ich auch brauche, du hast es. Ich hab mir viel ne Panzerfaust. Er hat gesagt. Was? Er hat gesagt, was sie auch brauchen, ich hab's. Für ne Panzerfaust. Hat er nicht. Hat er nicht. Lüg nur. Ich hab mich angelogen. Mein Gott, verklag ihn doch. Ja, mach ich auch. So, krieg ich jetzt an Kohle? Ja. Ist das irgendwo? Nee, steht nur der einzelne Preis, ne? Jo. 11.000, Alter. Klein Scheiß kann ich auch verkaufen. Erkaufen, nicht kaufen. Ich weiß nicht weiter. Ähm, das kann weg, da. Was ist das? Ähm, jo. So. Jo, ich bin fertig. Jo, steh schon draußen. Ah, cool. Hm. So, jetzt geht's Richtung Heimat, meine lieben Freunde. Jo. Und die OP-Basis. Äh, ja, okay. Ah, hier ist ein Handy. Handy, 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 Handy. Ein Handy, ein Handy. Mom, Jack sagt, er will Raymond essen. Er sagt, er ist in den Geschäften. Halt's mal. Halt, da ist aber noch eine Kiste, die habe ich jetzt. Finde ich übersehen. Da. Kann ich natürlich wieder nicht aufnehmen. Ja, ich hatte was, aber ich glaube, das war nur Muni. Äh. Ja, Muni halt. Muni, aber eben, das ist aufgefallen. Safe House. Uhuhuhuhu. Safe House. Was hast du da? Nee, nicht Safe House. Postamt. Post-amt. Na ja. Mach so da, schmeiß einfach... Schmeiß einfach irgendwie Sachen auf den Boden. Tot, das wird ein fairer Feind. Er ist tot, Mann. Tot. So. So, wunderschön. Irgendwann fallen gelassen. Ach, Muni. Ist nur Muni gewesen. Oh Mist. Bin weiter Löwen. Oder auch nicht. Onkel sagt schon wieder irgendwelche gemeinen Sachen vor. Onkel ist so gemein. Warum? Du schießt immer auf irgendwelche bösen Menschen. Ja. Hauptaufgabe in... Die Division. Willst du eigentlich hin? Du läufst irgendwie in die falsche Richtung. Ich weiß. Penzeln wegen der Blaser. Oh, kann man da irgendwoher. Oh, ich will Fahrrad fahren. Ich will Fahrrad fahren. Ich will Fahrrad fahren. Ich will Fahrrad fahren. Das wäre doch geil gewesen. Nee, irgendwie so. Drive-by machen so. Aber mir fehlen hier bei der Stadt auch ein paar bisschen Fahrzeuge oder sowas. Irgendwas, was noch so ein bisschen die ganze Situation auflockert. Ich habe schon wieder Klineralwasser gespritzen. Ich konnte nicht, weil du geschossen hast. Ich habe nicht geschossen. Irgendwas gemacht. Ich konnte ihm nichts geben. Ich habe nur nachgelassen. Irgendwas hast du gemacht. Die war sauer. Das reicht schon. Nachladen reicht schon. Kannst du schon nichts mehr machen bei dir. Nachladen, schießen, treten, Arschloch sagen. Hier ist nichts, oder? Ja. Oh, da. Schalalalalalalalalalalalalalalala. Huah. Schalalalalalalalalalalalalala. Huah. Guten Tag. All right. Ge Meth. Hurl, derВот. Geh. Me habe das." Muchas. Da, da, dar, da, 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 da. Da, 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 da. Ach. Da, dar, dar, da, dar, da, 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 ta, da, da, da. Huah. Daaaa... Da-da-da-da daa-da... Huu... Hups! Daaa... Da-da-da-da-da-da... Ey, das Fall, das Falle, das Falle, ooo... kommen Sie mal! Mann, 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 Mann! Schlimmli, wir sind die Zivilisten immer. Echt! Genau da, wo ich langlaufe! Da-da-da-da-da-da-da-da-da... ...huu... Ha-ha... Oh mein Gott. Oh, den hast du getötet? Nein, der läuft da hinten. Nein, da liegt die rum. Nein, da läuft er doch dahinten. Hier, da liegt die rum. Nein, das war doch kein Müllmann. Ich hab den nicht mal anvisiert. Ich hab den nicht mal getroffen. Mal annähernd. Ich weiß nicht, was du suchst, aber der Eingang ist vor der Nase. Oh. Okay, ich hab die Lampe ausgeschossen. Cool, aber die geht gleich wieder an. Ja, die gehen wieder an, die Lichter. Das ist irgendwie... Er ist halt flutlich, ne? So, wir haben nix mehr, was wir hier noch machen könnten. Ich guck noch mal rein, ob irgendwas Neues im Shop ist. Ja, wir haben hier jetzt einen Haufen Knete. Also, wir haben ja ne neue Blaupause gekriegt, glaub ich. Blaupause, Blaupause. Mal gucken, ob's diesmal vielleicht was bringt. Ja, eine neue Blaupause. Und zwar eine... Eine Convert-SRS, hab ich gekriegt. Das ist ein Präzisionsgewehr. Ich hab ne Maschinenpistole bekommen. Wow. Was ist das denn? Die hat zwar Schaden von... 2.000 schießt mich tot, aber... Dann hab ich nicht diesen... Schaden pro Minute von 53. Schon gehört? Damit. Dieser Körner, du bist es tot. Wollen? Sag mal, gab's nicht hier diesen Rucksack, den ich hier herstellen konnte? Das gibt's hier, ja. Ich hatte doch so einen lilanen Rucksack. Ich glaub, ich brauch einen Arzt. Danke von mir, die ich hier so habe. Ich bin mir da sicher, dass ich einen lilanen Rucksack hatte. Zum Herstellen. Ja, ich hab einen. Aber der hat nur 18 bis 21 Rüstung. Für mich eigentlich... Habe ich den hier rein ins Lager? Nee, da wird er ja drin. Hä? Oder ist das bloß eine bestimmte Zeit drin? Was man ins Lager tun? Nein. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Unglaublich, oder? Sie verpassen was. So, ist das so für die Waffen? Nein, nein, nicht noch mal. Oh, die hat jetzt schon 5400, aber die möchte ich nicht haben. Mein Rücken ist total im Arzt. Wo? Ach, das ist ja eine Scar. Das ist ja wieder was anderes. Dann ist die Präzisionsgewehr schon wieder. Nee, 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 nee. Lass mal. Schrotflinte und Maschinenpistole. Präzisionsgewehr. Präzisionsgewehr. Ja, der war Schildadenpistole. Präzisionsgewehr. Ja, gar nicht nur geht. War ein Ausrufezeichen, hat aber gar nicht. Ein Offiziersrucksack. M9 Oh, ne neue M9, die ist So, die hat immer ein kleineres Magazin Eh, nur ne Pistole Mit mir stimmt was nicht Ich glaube, ich brauche einen Arzt Hm, naja So, was haben wir hier um? Festen Dyschen Aha Stabilität Warte mal M60 Classic Hey, der hat einen coolen Rucksack Warte mal, der hat hier, der hat hier was für mich, was ich gebrauchen könnte Ja genau, der selbe ist ja arschlos Der hat hier was, was ich gebrauchen könnte Der hat hier was, was ich gebrauchen könnte Der hat hier was, was ich gebrauchen könnte Der hat hier was sprungende Ah, da hab ich da was Das Ich, dieses Objekt wirklich kaufen Ah Das, äh, oder 11% Stabilität Und 7% Präzision Das ist doch das viel besser Hä? Kostet weniger und ist besser Weil die hat 11% Stabilität Und 7% Präzision Und die hat 7% Präzision Und nur 10% Stabilität Na, da mach ich doch die billigere Bin ich jetzt grad blöde? Ne, das ist so Und nicht Hm Sollte ich auch nie behaupten Leider kann ich ihnen keine Quittung geben Das macht nichts, mein Freund Du brauchst mir keine Quittung zu geben Ich baller dich einfach ab und gut ist Cool Ähm Hau denn hier noch die M9 Was wird das denn da noch? Ach so Äh, so Ich hab richtig geilen fetten Shit Oh, ich hab noch mehr Au Die ganzen Mods scheiße verkaufen hier Ich hab so'n Haufen Mods hier alles doppelt und dreifach Ich guck mal, ich guck mal hier ist Kurzer Griff, kurzer Griff, benutzt sich du nie Hier Kompensator, ne Mündung Gucken wir mal zum Händler Eine bessere Auswahl gibt es nirgendwo Nicht hin hier So Ein Schalldämpferm Oh nee M60 Classic Kann man ja irgendwie auch vergleichen Ach hier Toll Das nimmt die einfach mal mit Kann ja nicht schaden Naja Ja Ähm Wie die jetzt klingt Bestimmt Vielleicht so wie meine alte letzten So Mal wieder den Spind öffnen hier bei der Apotheke Weil, gibt der wieder Stoff So 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 Einmal Stoff geöffnet Ach, ich drück auch wieder die falsche Taste Ach, die geht für beide hier Ach, die geht für beide hier Ne Warum ist das entstanden? Die Spezialmuni auffüllen Da Keine Ahnung Ich Ja, mach ich 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 hab noch ein paar Kisten hier Ich bin ein Vorbild für alle, sagt er gerade Naja Klar Von Ach, die Kiste Ah, Jungs Diese Dekontaminationsanlagen werden Leben retten und die Ausbreitung der Seuche stoppen Mhm Wir sind hier, um ihnen zu helfen. Ja, stehst du aber den ganzen Tag nur rum. Das ist Hilfe. Ja, seitdem das Spiel rauskam, wir haben das Ding freigeschaltet, stehen die Figuren hier rum. Die machen nichts. Ey, bewegen sich vielleicht mal, aber... Die machen einfach nicht. Aktiv am Krieg mal mitwirken. Nö. Wir haben ja zwei, drei Männer, die machen das schon. So, ja, heute, ich glaube, wir machen jetzt erst mal, ehe wir jetzt hier noch so los rumgegeln, ich gehe vor der Haustür, da treffen wir uns, und dann würde ich sagen, ich gehe vor der Haustür. Wir treffen uns unten am Park. Platz. Park? Park? Ist schon okay. Das war... Das war bitte was. Das war ein Onkel Insider. Oh, das klingt gut. Ich stehe genau vor der Tür. Das klingt gut. Das klingt gut. Ich stehe mich aber nicht. Oh, ich sehe das Ding wackeln. Wirf, gleich komme ich. Klingt cool. Kloppt dann einfach so auf. Ey, und die zielt jetzt richtig geil. Cool. Also der Griff, da war schon gut, das würde ich gehören. Ja, ein Griff ist immer gut. Ein Griff hast eine viel bessere Stabilität. Sofern man einen Griff hat. Also die... Ach, hier, warum habe ich hier keinen Griff dran? Ja, liebe Freunde, da würde ich sagen... Ach, ich kann nicht. Warum? ...dann sehen wir uns morgen wieder. Wir sind jetzt wieder frisch ausgerüstet für die nächste Tat. Und ja, da würde ich sagen... Also ich hoffe, dass wir morgen wieder... Es sei denn, es kommt was dazwischen, weil heute ist durch die Session bei uns beendet. Das würde ich jetzt eigentlich damit sagen. Und ich hoffe, dass nichts dazwischenkommt, dass es morgen dann auch weitergeht. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns. Denn bis denn und tschüss. Tschüss.